Der Sportverein Werder V. 1899 E. V., bekannt als SV Werder Bremen oder einfach nur Werder Bremen oder SV Werder, ist ein deutscher Sportverein mit 36.500 Mitgliedern. Dessen Lizenzspielerabteilung im Fußball in den letzten Jahrzehnten national wie international zu den erfolgreichsten Mannschaften der Bundesliga gehörte. Neben vier deutschen Meisterschaften und sechs DFB-Pokalsiegen steht ein Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1992 zu Buche. Der Klub ist Gründungsmitglied der Bundesliga und gehörte dieser mit Ausnahme der Spielzeit 1980 81 durchgehend an. In der ewigen Tabelle der Bundesliga liegt Bremen hinter Bayern München auf Platz 2. Am 4. Februar 1899 als Fußballverein Werder von 1899 gegründet, bietet er heute neben Fußball auch Handball, Leichtathletik, Tischtennis, Turnspiele, Gymnastik und Schach an. Werder Bremen besteht nach der Ausgliederung profitorientierter und leistungssportlicher Abteilungen des Gesamtvereins am 27. Mai 2003 aus dem für den Amateursport zuständigen gemeinnützigen Sportverein Werder von 1899 e. v. und der unter anderem für den Profifußball verantwortlichen SV Werder Bremen GmbH und Co. KGAA. Der Vereinsname ist vom an der Weser gelegenen Stadt Werder abgeleitet, auf dem sich das erste Trainings- und Spielgelände des Vereins befand. Das Wort Werder bezeichnet eine Flussinsel oder das Land, das von einem Fluss aufgeschwemmt wurde, wie den Peterswerder, auf dem sich das heutige Bremer Weserstadion befindet, in dem Werder-Bremens Fußballprofis ihre Heimspiele austragen.